Musik Wie wichtig es ist, den regionalen Lebensraum in den Ortszentren zu erhalten, beweist Mag. Johannes Brandl in Schlierbach mit der Space-Initiative. Eine Gruppe aus Menschen rund um Schlierbach, Landwirtschaftslehrer und Landwirt. Er hat gesagt, ich möchte diese Ideen im landwirtschaftlichen Bereich umsetzen, eher im Wirtschaftsbereich, eher im Familienbereich. Professor Millendorfer selbst, der ist der geistige Vater vom Ganzen. Ja, so haben sie begonnen mit diesen Ideen für die ländliche Entwicklung. Wie kann sich der ländliche Raum gut entwickeln? Und dann gab es 1985 diesen Leerstand. Die Idee war dann von Alois Tragler, unserem Gründungsobmann, der gesagt hat, was wäre, wenn wir als Space-Verein dieses Objekt kaufen würden, mit insgesamt 100 Personen aus der Region. Er hat die Personen gesucht und so gehört unser Haus nach wie vor. Heute sind es 104 Personen aus der Region. Denn wir haben dann gleich begonnen, in den Folgejahren nicht nur ein Seminar-Hotel aufzubauen, sondern auch inhaltliche Säulen im Haus zu entwickeln. Wir haben heute die Säulen des zukunftsfähigen Wirtschaftens. Also wir können in der Wirtschaft so agieren und handeln, dass wir Zukunft haben. Wir haben die Säule der Gemeinde- und Regionalentwicklung. Was müssen Gemeinden und Regionen für ihre Zukunft tun? Wir haben die Familienakademie und wir haben inhaltlich die Implacement-Stiftung, eine Arbeitsstiftung, wo wir Facharbeiter ausbilden. Seit 1995 arbeiten wir zum Thema Lebensqualität durch Nähe. Wir arbeiten in den Gemeinden, in den Regionen. Und in den letzten Jahren haben wir immer mehr gesehen, dass das Thema der Ortszentrumsentwicklung in vielen Gemeinden eines der Schwerpunktthemen ist. Ortszentren sterben zunehmend aus. Wir haben im letzten Jahr die Brunar-Genossenschaft gegründet. Eine Genossenschaft, die den Leerstand in den Ortszentren wiederbelebt. Das Beispiel ist in der Gemeinde St. Stefan-Aviedl, 1200 Einwohner. Vor drei Jahren sperrte der Lebensmittelversorger zu. Zu wenig Geschäft war seine Begründung. Im letzten Jahr sperrte er dann auch noch der Wirt im Ortszentrum zu. Er ist in Pension gegangen. Und irgendwer hat dann recht Treffen gesagt, wenn es so weitergeht, dann kann man in St. Stefan-Aviedl in Zukunft nur mehr begraben werden. Aber nicht einmal zur Zerrung können wir uns noch treffen. Das hat die Menschen schon recht betroffen gemacht. Und deswegen haben wir gemeinsam mit der Gemeinde dort die Bürgergenossenschaft Stefansplatzl gegründet. St. Stefan-Aviedl, Stefansplatzl. Die Bürger haben das ehemalige Wirtshaus gekauft und investieren jetzt in ein Nahversorgergeschäft, das vor allem regionale Produkte anbieten wird. Sie investieren in ein Kaffeehaus und ins Wirtshaus mit den Veranstaltungsräumlichkeiten. Wir verabschieden uns zunehmend von einer Abhängigkeitslogik, die darauf beruht, dass wir von irgendwoher Mittel und Gelder brauchen, damit wir selber lebensfähig sind. Das ist ein Kaffeehaus, das ist ein Kaffeehaus, das ist ein Kaffeehaus und das ist ein Kaffeehaus. Das ist ein Kaffeehaus, das ist ein Kaffeehaus, das ist ein Kaffeehaus.